Ich möchte kreativ gefordert und gefördert werden. Darum mache ich meine Ausbildung zur Mediengestalterin hier am TH Bildungszentrum. Ich möchte innovative Softwarelösungen entwickeln, die wirklich etwas bewegen. Darum mache ich meine Ausbildung als Fachinformatiker am TH Bildungszentrum. Als Auszubildende am TH Bildungszentrum gehöre ich zu einem großen Team. Täglich erwarten mich spannende und vielseitige Aufgaben. Mit der Planung und Realisierung unserer Studiengänge heben wir uns deutlich von anderen ab. Wir sind ein innovatives, junges und motiviertes Team, in dem ich mich voll einbringen und weiterentwickeln kann. Hier kann ich mit aktuellen Programmen, Digital- und Printprodukten designen. Websites, Videoschnitt, Bildbearbeitung bis hin zum Druckerzeugnis. Abwechslungsreich ist meine Ausbildung dadurch, dass wir mittendrin sind und das Campusleben multimedial begleiten. Jährlich besuchen uns über 4.500 Studierende an den Standorten unserer Akademie. Mit unseren eigenen Programmen schaffen wir die Basis für ein modernes Verwaltungssystem, das wir immer weiter ausbauen. Auch als Auszubildender übernehme ich hier Verantwortung und steuere zum Beispiel eigene Skripte bei. Wir vernetzen Multimedia und technische Infrastruktur. Unser Ziel ist es, beste Studienbedingungen zu ermöglichen und unseren Kollegen im Support zur Seite zu stehen. In der Studienplanung organisieren wir unsere Lehrgänge. Unter anderem planen wir die Raumbilligung und den Einsatz von über 200 Dozenten. Als angehende Kaufrau für Büromanagement lerne ich so, betriebswirtschaftlich zu handeln. Unser Ziel ist es, die Studierenden zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Dazu gehört bei uns am TH Bildungszentrum auch die persönliche Beratung und Karriereplanung. Wenn ich dann das Ergebnis miterlebe und alle Beteiligten rundum zufrieden sind, dann ist das ein gutes Gefühl. Auch du hast Spaß in der Herausforderung? Du willst ganz vorne mit dabei sein? Du möchtest mit uns kreativ vorangehen? Dann bewirb dich jetzt! Dann bewirb dich jetzt! Dann bewirb dich jetzt!